Ist das was wie ein Archiv oder so? Lagerraum? Hinter dir ist sicher jemand. Nein. Kann ich mir gut vorstellen. Oh Gott. Hier ist 100% jemand. Ich hab Schiss. Oh, ich hab Schiss. Okay, okay. Wir müssen jetzt da raus. Oh. Hi! Wie geht's euch? Ja, das... Nein. Nein. Hey! Was denkst du, wenn sie hier finden, dass wir hier unten stehen? Verdammt, du bist richtig. Entschuldigung, Freund. Ich kann nicht das Risiko nehmen. Schau, wir wollen das nicht tun. Wir sprechen, okay? Was zu sprechen? Du wirst uns nicht sagen, was du bist. Mein Name ist Lee. Ich bin Wissenschaftler. Und ich will heute nicht sterben. Und ich glaube, du willst mich auch nicht töten. Schau. 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 Okay. Okay. Nein. Ich bin wirklich nicht. Also, wir sind, oder wir sind. Wir sind weg von dort, als sie begonnen haben. Wir begonnen, nicht die sicken und die alten, damit die perfekte Bevölkerung nicht gefährdet werden. Kein Platz für Schmerzen, oder Krankheit in ihren kleinen Mastern. Du bist nicht so alt. Also, du bist sick? Wir sind sick. Wir sind alle Mitglied der Cancer Survivors Group, die hier in den Krankenhäusern sind. Wir sind in Reaktion. Aber das war nicht gut genug für Crawford. Wir haben bereits fünf von uns bevor wir die resten haben, zu holen und weg von ihnen hier. Das alte Basement hat seit Jahren gedauert. Was ist das? Der Morgue? Ja. Die Ironie ist immer hoch auf meiner Liste, wenn ich einen Ort für ein Ort zu überleben. Wie hast du hier gefunden? Ich bin hier unten. Ein paar von uns wurde in den Walken auf der Straße gebrochen. Wir sind hier, um zu weg zu gehen. Jetzt möchte ich einfach raus, und zurück mit meinen eigenen Leuten. Das System deszimmer, du hast, läuft all über die Stadt. Es wird dich an, wo du gehen kannst. Die deszimmer sind wie ein verdammter Schmerzen. Hast du eine Chance, dass du mir helfen kannst? Ich würde dir helfen, aber wir haben alle unsere eigenen Probleme. Die zwei unserer Gruppe sind sick und brauchen constantes Wettbewerb. Und ich bin der einzige Doktor hier. Außerdem, warum sollte ich dir helfen? Ich bin sorry, dass ich dich erschreckt habe. Ich will nur zurück nach meinen Leuten, zurück nach Clementine. Sie ist deine Mutter? Nein, sie hat ihre realen Eltern verloren. Ich mache das, was ich kann. Du bist nicht ernsthaft zu gehen mit ihm. Es ist alles gut, Brie. Ich hatte eine Frau, auch. Ich habe sie in den ersten Tagen verloren. Ich werde mich verletzt, wenn ich nur zurück und das passieren kann zu jemand anderen. Wir brauchen dich hier. Keine Angst, ich werde wieder zurück, bevor du sie wissen. Los geht's. Ähm, okay. Ah. Was macht die denn hier? Molly? Oh. Hey. Hey. You made it back. Who's this? He didn't tell you about me? Understandable, I guess. I'm the one who put that beating on him when he tried to jump me back at the river. Who's the fossil? Where's Clementine? She's around here somewhere. Relax. I got her and Kenny both back safely. You're welcome, by the way. I think you have something that belongs to me. No. Hey, wir haben einen Doktor hier. Ganz kurz. Ey, die tötet dich sonst. Wirklich. Da, 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 da. Da, da, da. Dieser Idiot. Wäre mal eher gesprungen, ne? Oh, mead, honey. You're gonna be alright. Lee brought a doctor. Alright, let's take a look at him. I work better without an audience. I'm sure you have more things of your own to attend to. Yeah. Ich suche mal Clementine, ne? Clementine. Clementine? 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 Are you in here? Are you in here? Guck dir mal... Das mal an. Clem's drawings? But where is she? Ha, Alter. Ha, Alter. Die versteckt sich und dann macht sie gleich... Buh! Ha, 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 ha. Entschuldigung. Ich glaube, ich würde mich total erschrecken, gell? Hast du überhaupt nicht! Vielleicht ist sie ja im Grab. Okay. So. Der Raum ist clear. Da haben wir bathroom... Bedroom... Bedroom... Vielleicht ist sie im Zimmer von einem Jungen. Ne, warte, guck da erstmal durch. Ja, dann vielleicht ist sie hier oben. Ja. Huh. Was machst du? Oh, you know. Just... Pokin' around. Du wirst nicht findest. Wir haben bereits den Ort. Du wirst dir überrascht, was die Leute missen. Trust mir, ich habe das schon lange gemacht. Wo ist Clementine? Keine Frage. Ich bin nicht ihre Keeper. Hey, do I look like I'm in the mood to be jerked around? Where did she go? Last I saw, she was downstairs with your redneck friend and that college kid who hangs around with him. Why don't you go bug them? I don't care about that. I just wanna find Clementine. Clementine? Hätte ich dir auch sagen können. Hier ist noch ne Tür. Achso, das war die Tür. Geh mal... Clem? Da kommen wir wahrscheinlich wieder ins... Ich habe Zeit für das. Ein paar Schlafzimmer. Ich geh nochmal in dieses andere Schlafzimmer. Obwohl da... Ne, ich glaube da ist... O-Mit drin, ne? Clementine? Clementine? Come out, please! Kenney? Oh, hey, you made it back. Good job. Good job. Good job. What the hell do you think you're doing? What does it look like? Where'd you get the bottle? Found it. Found it. First good thing that's happened since... What the fuck would you think of letting Kenny get like this? Hey man, I tried, but he gave me a look like he was gonna rip my face off. He won't listen to you. You think he was gonna listen to me? To hell with you! Getting wasted's not gonna help anyone. Yeah? Well what is? We are fucked! Hey Ben! Ben, where is Clementine? Hallo, Kenny. Ah, Ben, du Penner, ey. Vielleicht ist die da drin. Vielleicht hat die Person Clementine auch mitgenommen. Oh, na, ey. Ben, du Penner, ey. Clementine... Ja... Vielleicht ist sie ja auch da drin. Ne? Ja. Toll, sie ist hier nicht. Vielleicht in den Gebüschen. Da stand irgendwas mit Shrub und ein Handsymbol. Also, ne. Da ist Shrub und da ist das Handsymbol. Oh, wo ist Clementine? Warte mal. Die könnte hier durchgegangen sein. Das war zu, als ich vorhin geguckt hab. Das heißt, Clementine ist hier drin. Geh noch mal hier vorne hin. Geh noch mal hier. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Was hast du gefunden? Ein Auto? Ein Boot? Ein Boot. Redness ist ein Boot. Oh, Clementine, du bist so genial. Jetzt müssen wir sofort Kenny sagen. Ey, Kenny, ein Boot, Hoffnung für uns alle. Yay! Okay, ist das jetzt der Doktor? Yep. Wie geht's, oder?